Okay, hier war ich zu sehen. Oh, Kontakt! Oh, guck mal! Die Tür wieder zugemacht! Der hat direkt die Tür zu, wie die Sau! Mach auf! Der schießt zurück! Hab ihn! Ey, der Wichser, Alter! Mach die Tür! Der Wichser! Ich brauch die Verstärkung, ich brauch Verstärkung! Okay. Das ist so ne gruselige Tür hier! Poltergeister! Scheiße! Poltergeister, Alter! Ich hab ne Flash bereit! Mach auf! Die Tür auf! POLIZEI! Der ist gar nicht mehr mit ihr interagieren! Hören Sie auf damit! Sein Finger guckt da durch! Ja! What the fuck! Oh, oh, oh! Ey, ne! Zaun! Halt... Halt drüben am Zaun! Ne, das scheiß... Scheiß Ding ist anscheinend kugelsicher! Ja! Hier ist ne Leiter, die nach oben führt! Die Tür ist richtig am rumlegen! Ja, KI und Tür ist immer noch nicht einfach zu programmieren, offenbar! Okay, auf dem Dach ist hier irgendwie... Er rastet voll aus! Keine Tür hier! Mann, jetzt! Ich habe gar nichts eingestellt, nö! Doch, ich habe ne Breaching Charge, komm her! Ja, okay, cool! Ich komm' runter! ja geil ich bin ich bin nicht bereit 321 das hat direkt weggefasst alles klar die haben sich gegenseitig gestört die eine hat den anderen immer gepusht